Die Murmel ist tief im Inneren des Labyrinths verloren gegangen. Du musst einen Weg finden, sie in die Freiheit zu führen. Ha, sieh mal einer an. Unten ist oben, oben ist unten. Wirklich amüsant, oder nicht? Ja. Manchmal kommt man wirklich nur mit einem Blinzelball vorwärts. Weißt du noch, wie man ihn benutzt? Mein Kopf ist voller Sand. Ich hab's vergessen. Sie ist auf der Flucht. Fang die Murmel. Nimm den Blinzelball. Die Murmel hängt weg. So ist es gut. Sie bewegt sich. Ich habe ihn数- Schwenken hier auf dem Weg zur Flucht. Schwenken hierher werden. Oh Gott! Was ist das? 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 Was ist das?